Seid ihr bereit für unsere Mannschafts-Aufstellung? Ich höre hier so schlecht. Seid ihr bereit für unsere Mannschafts-Aufstellung? Ja! Rücke Nummer 32, Peter! Guter Stieb! Mit der Nummer 5, Fatih! Gutein! Rücke Nummer 6, Rani! Gertirat! Mit der Nummer 7, Marcel! Gertirat! Rücke Nummer 9, Auzun! Mit der Nummer 10, Emil! Mit der Nummer 16, Lukas! Rücke Nummer 23, Marcel! Mit der Nummer 24, Dominic! Rücke Nummer 31, Dino! Mit der Nummer 33, Mavi! Komm her! Unser Trainer ist Rücken! Und jetzt geben wir an ihr! Herr! Geben! Geben! Schnell! Herr Pädel! Herr Pädel! Herr Pädel! Herr Pädel! Herr Pädel! Applaus !